Musik Ja, hallo, ich bin die Brigitte Oelke und ich werde bald die Cecilia Weber in der Neuinszenierung von Mozart in Wien spielen. Ich würde sagen, ich habe musikalisch eigentlich nicht wirklich einen Schwerpunkt. Ich singe das gerne, was ich auch singen kann, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das reicht natürlich von Musical über jazzigere Sachen bis hin zu Rock. Und bei Mozart finde ich das sehr interessant, weil sich das halt wirklich auch sehr stark kreuzt, dass es wirklich auch dieses Lyrische, aber auch ein bisschen das Poprockige hat. Und das finde ich klasse. Ja, also die Cecilia Weber ist wirklich etwas exaltiert. Ich bin sehr gespannt, wie die dann wirklich erarbeitet wird. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mich informiert im Internet, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig mit Tari Kupfer das dann zu erarbeiten und da irgendwelche Nuancen noch rauszuholen, weil es ist ja auch eine historische Figur und das ist immer sehr toll, aber natürlich auch anspruchsvoll, dem irgendwie gerecht zu werden.